Ähm, die Fee auf dem Berg soll mir helfen. Gut. Das heißt, wir klettern gerade mal auf den Berg drauf, oder? Ich würde sagen, wir klettern es erst mal auf den Berg drauf. Ich bin so doof, ne? Ich sag ja, ich komme mit den Kontrollen noch überhaupt nicht klar. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber das sieht nach RBA aus und ich mache kein RBA. Ich mag die Grundidee von RBA schon mal gar nicht. Geht doch. Ocarina Items. Das ist echt Ocarina Items? Really? Ähm. Ist die Fee hier drin, oder was? Der Stein sieht halt so verdächtig aus, ne? Ocarina Items. Full bottle in hand. Backflip. Press bottle button. Cancel bottle animation by pulling out another item you can use in midair. Swat hookshot. Dekostick. Success. Aha. Bist du eine... Du bist keine Fee. Ne, du bist definitiv keine Fee. Ich nehme jetzt das Futter weg, so. Das ist doch keine Fee. Was macht diese Kuh hier? Warum steht hier eine Kuh? Ich bin total verwirrt. Die redet ja nicht mal mit mir. Sollen wir dir ein Liedchen spielen? Komm, wir spielen dir ein Lied. Vielleicht mag die Kuh ja Lieder. Kuh sagt nein. Macht die Kuh das Lied? Nein, will ich nicht. Willst du denn mit mir reden? Erst recht nicht. Ich... Okay, Kuh. Es ist schön, dass du hier bist, aber ich habe keine Ahnung, was ich mit dir tun soll. Ich gehe wieder. Ja, ich habe dich auch lebt. Ich verstehe die Kuh nicht. Warum bricht hier gerade die Hölle auf Erden zusammen? Ist das normal? Es hat dir nicht was mit der Kuh ist. Ich habe das Gefühl, so viel bringt die Kuh mir auch nicht. Ich habe das Gefühl, um irgendwas mit dieser Kuh zu machen, sollte ich vielleicht zuerst mal auf der London-Wahn-Wahn gewesen sein, wo ich noch überhaupt nicht war. So eine blöde Vermutung. Hey! Ich will deinen Advice nicht, Nadi. Nee, ich war nicht auf der London-Range. Deshalb kann ich wahrscheinlich auch nichts mit der Kuh tun. Na wie? Dankeschön. Warum ist der Stein lustig? Oh, das ist cool. Wenn man Steine anschlägt, sagen die haben die Uhrzeit. Hallo, Eule. Ich gehe wieder. Ich mag dich nicht. Nein. Du hast dich bisher gut geschlagen, Locke. Aber dies ist der Gipfel des Todesberges. Man sagt sich, die Wolken, die den Gipfel umgeben, spiegeln den Zustand des Berges. Oder sind sie weiß, herrscht Frieden. Dein Aufstieg zum Gipfel hat mir bewiesen, wie tapfer du wirst. Diese Tapferkeit soll nun erneut geprüft werden. Eine mächtige Fee lebt hier oben. Sie ist die Mutter aller Feen. Suche sie auf und sie wird dich belohnen. Ich werde auf dich warten. Und sie ist zurück zum Berg. Werde ich dir helfen. Geh nun. Ja, Na wie? Was hast du dazu zu sagen? Wenn ich mich richtig erinnere, sagt sie da. Und ja, dass auf dem Gipfel des Todesberges eine Fee lebt. Na wie? Wo sind wir? Richtig, auf dem Gipfel des Berges. Fuck you, Navi. Todeskrater. Oh, hi. Okay. Hier möchte ich speichern. Ich habe 40 Sekunden, da durchzukommen. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Besonders ich weiß, wir können uns noch nicht die Gorgonenrüstung kaufen, die uns davor schützt. Oder also die rote Rüstung. Weil die nur verwachsen ist. Wir sind noch ein Kind. Das ist schlicht. Vielleicht will ich doch mit Salia reden. Vielleicht weiß die was. Irgendwann kann ich mir noch die Melodien merken. Ja, möchte ich. Hallo, Lunk. Ich bin Salia. Hörst du mich? Ja, der Empfang ist gut hier oben auf dem Berg. Dann sammelst du die heilige Steine. Du musst noch einen finden. Den heiligen Stein des Wassers, oder? Der Deckelbaum erzählte mir einst, dass im Königreich König Zora besitzt. Ähm. Warum sollten die Gorgonen mich ein Stein verwandeln und essen? Was? Das macht keinen Sinn. Das macht echt keinen Sinn. Ich will da eigentlich gar nicht rein. Mein Getränk ist schon wieder leer. Hm. Ich muss mich mal eben muten. Weil Dosen öffnen neben meinem Mikrofon ist nicht nett. Dein Moment. So. Äh. Frisch deine Güten. Griechische Metallicum auf der Hunde, wenn du schon dauernd versprichst. Gorgonen. Gorgonen. Ich weiß, dass die in God of War vorkommen. Aber frag mich nicht wo. Scheiße, meinst du mich echt zum Nachdenken gemacht? Gorgonen. Ich komm nicht drauf. Ich weiß, ich hab's schon mal irgendwo gehört. Aber ich komm gerade nicht drauf. Ich geh's jetzt googeln. Das wohnt mich. Kennt ihr das, wenn irgendwas so sehr wohnt, dass das in Google geht? Gorgonen. Drei gefügelte Schrecken. Geflügelte Schrecknisgestalten mit Schlangenhaaren. Ja, das sind im Grunde genommen Medusas. Ja, ja, Rabi. Medusas Gorgonen ist okay. Ich sag gar nichts mehr. Ich bin dumm. Aber das wäre doch praktisch, wenn ein Gorgone mit einer Gorgone zusammen wäre. Dann hätte der immer was zu essen. Okay. Hab ich gespeichert. Ich speichere nochmal. Bitte schnell. Okay, wir haben 40 Sekunden. Wo können wir denn hier lang? Habe ich auf Anhieb den richtigen Weg gewählt? Nein, hab ich nicht. Was passiert denn, wenn ich jetzt sagenhafte... Kriege ich dann einen Herzschaden oder so? Ich hab nach links gemutzt. Okay, ich verbrenne einfach. Ich verbrenne jetzt doch trotzdem nochmal einfach, oder? Nein, okay. Das da sieht eher wie Fee aus. Ja, Rabi, das ist die Paar-Version. Deshalb ist der Timer slow. Aber hier sind auch keine... Wacht mal, kann ich die Wand da hinten sprengen? Ich kann halt die Dinger nicht lesen. Oh, das geht echt, Rabi. Thanks. Dann laufe ich auch nicht immer Gefahr, die wieder aufzuleben. Was mich halt gerade verwirrt ist, ich weiß nicht, wo die blöde Fee ist. Die Dinger kann ich ja nicht lesen. Da ist ein Herz-Teil. Das ist Bullshit. Der verkauft mir eh wieder nur ein Deko-Schild-Wetten. Ja, das Schlimmste, was gerade passieren kann, ist an sich echt, dass ich stirb, aber... Ne, ich probier halt eh gerade einfach nur alles aus, um zu wissen, wo was ist. Bomben. Nein. Wozu geil ist die Fack-Fee? Laber, ich komme. ann. W bis zum 1200-kalen drzin. Wie überなんだ. Ich sjungi Deutschen Menschen. Ich bin 15 lerw. Okay 보면, wir müssen eigentlichehen. Das sieht gut.